Hallo liebe YouTube-Freunde, ich bin's wieder, euer Franz Doku. Ich melde mich wieder bei euch und möchte euch wieder neue Dinge erzählen. Ich hoffe, mein letztes Video auf YouTube hat euch gefallen. Und es werden auch weitere Folgen, die ich momentan auch in Geheimhaltung halte, weil... Ja, wie soll ich sagen... Am Anfang ist nicht so viel das Thema. Ich möchte euch Schritt für Schritt ein paar Dinge erklären. Wie gesagt, ich gebe immer noch an diesem Grund fest. Ich möchte mit euch Zeit sparen, weil Zeit ist einfach das Kost, was wir in unserem Leben haben. Und deswegen sage ich, ja, was für ein Thema nehmen wir uns raus? Nehmen wir uns das Thema raus, Erde. Erde, wir haben nur ein Leben. Wir leben nur einmal auf dieser Erde. Und wir sollten auch diese Zeit, die wir haben, also der Faktor Leben, Zeit und Erde ist eben entscheidend. Diese Zeit sollten wir sinnvoll gestalten, indem wir den wahren Sinn irgendwo akzeptieren lernen. Den wahren Sinn, warum wir auf Erden sind, liegt eigentlich darin, dass wir mehr oder weniger, das sage ich jetzt mal, dass wir einfach den wahren Grund in unserem Leben einfach mal ein bisschen genauer betrachten und einfach mal hinter die Materie schauen, warum es so ist. Und dazu habe ich ein paar Stichpunkte und ich mache auch nebenzu jetzt ein kleines Standbild an, weil ich finde, momentan bin ich nicht so fotogen, weil ich gerade sehr viel erledigen sollte, muss, wie auch immer. Ist ja egal. Aber deswegen bin ich ja bei euch, um euch ein bisschen was zu erzählen, um euch ein bisschen aufzuklären. Okay, was die Trends angeht, bin ich jetzt ein bisschen abgeschreift. Trends bin ich noch am Laufenden, aber ich denke, es ist wichtigeres zum Erzählen, als euch unnutzig über irgendwelche Trends zu informieren, sondern einfach mal den wahren Grund, warum alles so ist, wie es überhaupt ist, ein bisschen zu informieren. Und ich fühle mich irgendwie gezwungen, euch deswegen alles zu erzählen, was ich in Erkenntnis gebracht habe, auch wenn ich ein bisschen tiefer geforscht habe, als ich es eigentlich haben wollte. Aber es ist nun mal so. Und ich meine, dass ich jetzt nicht gut ausschaue und meine Haare nicht toll sind, es ist einfach alles live und ich werde euch nichts verheimlichen, so wie manch einer da draußen. Ihr seid live bei mir und, ja, darum sage ich mal, bleibt bei mir, weil jetzt wird es dann richtig spannend, weil jetzt folgenden Videos, die was euch wirklich, wirklich interessieren. Und ihr solltet euch vielleicht mal die 5 Minuten nehmen oder 2 Minuten, und ich weiß noch nicht, wie lange ich die Videos mache, aber einfach mal hinsetzen und einfach mal die Videos anhören, weil es ist wirklich interessant, was ich zu sagen habe. Ich bin selbst überrascht, was ich alles in Erkenntnis gebracht habe. Also bleibt mir treu und ich wünsche euch viel Spaß noch weiterhin. Also bis dann, euer Trends Doku. 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 Untertitelung des ZDF, 2020